Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Narcosis. Ja, ich muss mich entschuldigen, letzte Folge war ein wenig wackelnde Kamera. Also nicht mal die Kamera, sondern die Sicht, das lag aber einfach an der Steuerung. Ich hoffe, ich hab's jetzt gefixt. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten direkt rein in unser Playthrough. Und schauen mal, ob's jetzt besser ist. Ich hab grad ein bisschen was an den Optionen rumgetüftelt. Und ja, die Bewegung sollte jetzt... Ja, guck mal, das sieht doch schon viel besser aus. So glatte Bewegung. Ist nicht so ruckartig. Hat, ja, mich nicht ganz so gestört im Spiel wie in der Aufnahme, aber naja. Ja gut, wir sind hier... Wir sind da doch letztes Mal schon hergegangen. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir genau aufgehört haben. Wir folgen auf jeden Fall erstmal dem kleinen grünen Männchen. Ui! Oh Gott. Müssen wir nur aufpassen, dass wir hier nicht wieder runterfallen. Das hatte ich so das letzte Mal schon zu Genüge passiert. So eine können wir, glaube ich, noch drüber. Und danach geht er über... unsichtbare oder nicht vorhandene Wege. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Allerdings weiß ich nicht so ganz, was wir genau hier planen. Unser Sauerstoff ist auch noch gut. Ähm, naja, wir gehen erstmal hier rüber. Und dann hier rüber. Und jetzt, äh... Ja. Du bist geblendet. Ich weiß gar nicht, war er böse. Irgendwas hat mich angewiesen. Also, wenn du Cargo oder dich selbst über den Kompass 2 bekommst, der Shuttle ist die größte echte Option. Relativ gesagt. Ja, mich stört irgendwie ein bisschen, dass es nicht so ganz gespeichert hat, wo wir wirklich waren, weil... Also, wir sind jetzt ein bisschen weiter weg, als da, wo wir vorher waren. Aber auch nicht viel. Ich weiß noch nicht, was er dann überhaupt gespeichert hat. Ich glaube, Lucky, ich glaube, irgendwas, was wir mitnehmen konnten. Nicht? Wahrscheinlich. Gut, dann geht's hier durch. Und hier haben wir auf jeden Fall neuen Sauerstoff, den wir ruhig auch mal nehmen können. Und dann vielleicht nicht ganz so unseren Booster verwenden. Können wir hier nix nehmen? Keine ID erkannt. Okay, das hat er also gespeichert. Ich meine zumindest, dass der Typ eine ID dabei hatte. Die andere Sache ist... Ich glaube, nach unten wollten wir gehen. Das war das. Genau, da waren wir. Wir wollten gerade nach unten, haben so ein Licht angemacht. Da war dann ein Raum voller Viecher. Weil wir hier oben auch nicht viel erreichen konnten. Und da wollten wir irgendwie durch. Was nicht so einfach ist, würde ich mal behaupten. Was ist mal hier wieder reinkommen, hier? Hello! Genau, da waren die so komischen... Heller-Arcelder an der Wand. Oder Schrimps oder was auch immer es ist. Und dann waren wir hier schon drin. Hello! Jemand da? Hier ist auf jeden Fall auch Sauerstoff. Nehmen wir es einfach mal mit. Wir brauchen es gerade nicht so sehr, aber... Warum nicht? Wir finden bestimmt noch genug, wenn wir es brauchen. Sagt er in einer Situation, wo jeder Sauerstoff lebenswichtig ist. Aber ja, hier vorne ist halt ein Raum voller Viecher. Und hier drüben können wir Licht anmachen. Mhm. Wir wollen eigentlich von denen IDs oder so holen, oder sind das wieder nur so Leute, die uns Angst machen sollen? Wir kriegen auf jeden Fall keine erhöhte Sauerstoffzunahme. Verbrauch, wie auch immer. Ja, hier haben wir einen schönen Schalter. Es werde Licht. Hier haben wir ganz viele Freunde, die wir alle nicht belästigen wollen, die uns aber sehr wahrscheinlich belästigen werden. Und sonst haben wir hier nichts, was wir angucken können. Ich meine, das ganze Papier ist ja wahrscheinlich eh durchgeweicht. Ich glaube aber, wenn wir das in der Hand nehmen, fällt das eher auseinander. Open the door. So wundern, dass die überhaupt alle unter Wasser... Eieieiei. Damit habe ich jetzt nicht ganz gerechnet. Muss ich schon sagen. Ja, äh, Freunde. Was haltet ihr von sowas hier? Nichts, habe ich mir schon fast gedacht. Ich gehe einfach mal in der Mitte durch und ihr tut so, als wäre ich gar nicht da, okay? Okay. Finde ich gut. Ja, keine Sorge, es sind nur Krabben. Es sind nur Krabben. Guck sie nicht an, dann tun sie dir auch nichts. Hier ist es aber ziemlich dunkel, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier sein sollten. Es geht ziemlich weit nach unten. Und hier ist nichts. Warum genau sind wir hier? Kann ich diesen Aufzug bedienen? Okay, sie scheuchen vor dem Licht zurück, das ist sehr gut. Ja. Auf jeden Fall sind hier Tote. Also, das sieht man an den Stücken von den beiden, das hier rumliegt. Aber komme ich irgendwie nach oben oder ist das mehr so eine Fallbube? Irgendwie ist hier nichts. Wie sieht der mit dem Raum hier aus? Der blinkt rot. Heißt das, ich kann hier nicht rein? Ich glaube, ich möchte hier nicht rein. Naja. Hallo Freund, du lebst doch bestimmt, oder? Wir ignorieren das einfach mal gekonnt. Ich kann ja bei dir auch nichts abholen. Und aus irgendeinem Grund schiebe ich wieder Panik, wenn ich dich angucke. Auch wenn du nur ein Anzug bist. Aber ja. Ich drehe mich nicht um. Nope. Ich lese mir erstmal das hier durch. Daroma. Anders hat das hier... Was? Anders hat das hier mitgebracht. Wann immer wir als Crew zusammengekommen sind, tägliche Bescherungen, wichtige Treffen, Geburtstagsfeiern. Die Japaner verschenken diese Dinger für Glück und inspirierende Ausdauer. Die Augen sind mit Absicht leer gehalten. Der Rezipient füllt eines der Höhlen mit dem Setzen eines Ziels und dann später das andere, wenn es erfüllt worden ist. Das ist cool. Im Limbo verloren gegangen ist es schwer zu sagen, ob dieser schiefe Zyklop zwinkert oder einfach nur verkrüppelt ist. So wie Anders und seine Beweggründer wird das Geheimnis hier unten bleiben. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber guck's am besten nicht an. Du schiebst ja wieder nur Panik. Sauerstoffverstand bei 50%. Ja, aber was sollen wir hier? Hier haben wir ja dann... Hier ist auch nichts anderes, ne? Also ich sehe jedenfalls nichts anderes. Nein. Hallo, Spinnenfreunde. Was geht? Ja gut, da unten habe ich ja dann auch nichts zu suchen. Und die Figur, die grüne, hat gerade in diese Richtung her geguckt. Das heißt für mich, ich soll zurückgehen. Wohin? Das weiß ich nicht. Aber ich gehe jetzt zurück und hole mir diesen Sauerstoff da vorne. Weil, ja, den habe ich jetzt nötig nach so vielen Panikattacken. Nicht mal auf 100%. Ja gut, das ist, keine Ahnung. Hier, Tarte 2 nochmal probieren. Da sind wir ja letztes Mal runter. Die hier ist, aber die Kraft und die Präsentung des Oceans? Du kannst das nicht schenken. Es geht unter deinen Nählen und Gums, wie... Deine Zähne kommen los. Ja, okay. Ähm... Ja, wir sind ja letztes Mal hier runtergesprungen, weil ich dachte, das wäre noch eins. Und dann an einem Punkt es riecht. Du kannst das nicht erkennen, bis auf deine Topseite. Aber es ist immer da. Die hier ist zu. Zugriff verweigert. Warum? Tür entriegeln. Schlüsselkarte benötigt. Okay. Woher kriegen wir diese? Das wäre der Licht. Hello? Ich meine, da vorne ist noch eine Tür. War das... Bist du böse? Wo bist du Fisch? Irgendwo hat mich doch auch so ein Kugelfisch oder sowas angegriffen. Ich weiß nicht, ob das hier war. Aber hier sehe ich grundsätzlich erstmal nichts. Oh, da vorne ist auf jeden Fall eine Tür, durch die wir noch durch können. Hi. Was willst du von mir? Geh weg. Und stirb. Hier. Hier. Du kriegst auch noch einer ab. Komm her. Trau dich. Hier. Ja, das hast du davon. Ob ich ihm wohl... Ich hätte ihm gerne eins in den Mund geschossen. Aber ja. Jetzt sind wir schon wieder bei 44% Sauerstoff. Aber ich glaube, da vorne sehe ich Sauerstoff, bevor wir durch die Tür schreiten. Oh, und ein Kicker sind wir Kicker. Kicker haben wir jetzt schon, aber dafür brauchen wir einen Partner. Ich meine, es geht bestimmt auch alleine, aber ich glaube nicht, dass das so viel Spaß macht. Naja. Tür, ich komme. Wobei ich nicht weiß, ob ich schon durch diese Tür gegangen bin oder zumindest versucht habe, durch sie durchzugehen. Ich weiß, ich war hier schon, aber ich kann mich irgendwie nicht an diese Tür erinnern. Ich weiß nicht, warum. Die ist neu für mich. Wo steht der denn da überhaupt? 3 Storage. Auch im Salam. Mhm. Wie viele von euch Viechern leben? Erhöhte Sauerstoffzufuhr. Warum? Guckt doch einfach nicht hin. Oh, Mann. Oder hat das irgendwas mit dem roten Zeug hier zu tun? Also irgendwas... Lebst du noch? Oder was willst du, hm? Irgendwas haben wir hier auf jeden Fall. Schlüsselkarte. Äh, und eine ID von... Svierkiera Eres. OPS 005. Geburtsdatum 1981, Dezember der 6. Beruf, Versorgung, Köchin. Nationalität, Brasilien. Zustand, Verstorben. So wie alle hier. Ihr Name war zwar Eres, doch wir alle nannten sie Alba. Äh, Malba. Sie war sehr aufgeweckt, was überhaupt nicht zu ihrer zierlichen Statur passte. Oder vielleicht tat es das, äh, tat es das ja gerade deswegen. Obwohl sie mir kaum bis zu der Brust reichte, hat sie uns alle ganz schön auf Trab gehalten. Gefunden habe ich sie in der Commuse. So wie jeder von uns hatte sie Dutzende Jobs zu erledigen. Sieben Tage die Woche. Und man hat nicht einen einzigen davon erlebt, in denen sie nicht in den Raum segelte oder aus diesem herausstürmte, um uns alle 20 Leute zu ernähren. Was immer sie heute unfreiwillig gefüttert hat, ist vermutlich ganz in der Nähe. Die Natur ist unbarmherzig. Ja, oder tot. Weil hier ist auch vieles tot. Da ist noch jemand. Was ist mit dir so? Klopf, klopf. Zustand verstorben. Viktor war sehr sanft, schon fast schüchtern. Aber er konnte trotzdem den Stolz hinter jeder Aktion und jedem Erfolg nicht verbergen. Obwohl er, wie die meisten von uns, nur sehr selten Informationen über seine Vergangenheit preisgab, ist relativ eindeutig gewesen, dass er wegen dem Geld gekommen war. Man ist sich sehr wohl im Klaren über das, was man niemals hatte. Ich kann mir vorstellen, was seine Familie gesagt haben muss, als er eine Karriere anging, die davon geprägt war, in einem auszehrenden Labor zu arbeiten und unerbittlichen Risiken einzugehen. Wenn sie von Viktors Schicksal erfahren, wird seine Familie es ebenso mit Stolz aufnehmen? Oder mit Jammer und Scham? I don't know. Da ist jeder Anlass. Gibt mir ein paar Sauerstoff. Und jetzt schnell raus hier und wahrscheinlich von einem der Viecher angegriffen werden, weil ist doch klar, dass sie nicht alle tot sind. So wie schon letztes Mal. Geht weg. Pusch. Ich hab hier schon genug Probleme mit Sauerstoff. Open Salami. So, ich habe gedacht, dass ich mich über die Sauerstoff verbrechen habe. Mit so viel Zeit, um über nichts zu denken, würde ich nur über jemanden denken. Das Problem ist, die Sauerstoff ist gegründet, um dich sicher zu halten. Auch von dir selbst. Das macht es schwer, den einfachen Weg raus zu nehmen. Inwiefern? Das heißt hier vor uns selbst. Ich glaube, hier sind wir runtergesprungen, oder? Vielleicht auch auf der anderen Seite. Ich dachte echt, das wäre hier ein Zwischengang. Ich dachte halt, der Aufzug wird ein bisschen weiterfahren. Aber jetzt auf jeden Fall gehen wir erstmal hier rüber. Und wollen hier das entriegeln. Bup. Hallo, hallo, hallo. Was geht denn hier so ab? Meiner Güte wird doch nicht so philosophisch. Ja, der Lüftungsschacht ist bestimmt wasserdicht. Ich weiß, Leute sind nicht so ganz rational denkend, in Panik und in Notfallsituationen, aber trotzdem. Und Harmonika, die ist von ihm. Die OPS 003, Name Racht-Ul-Kach. Tut mir leid. Wieso Namen mit den Akzenten sind schwer auszusprechen. Kurzdatum 1984, der 5. Mai, Wartung, Ungarn, verstorben. Wenn man bedenkt, dass nur 20 Leute im Habitat untergebracht waren, der intellektuelle Level war im Durchschnitt verdammt hoch. Und Doktortitel hin oder her, Lukach, ich würde einfach mal sagen Lukas, war so scharfsinnig wie alle anderen von uns auch. Insofern berührt es einen besonders, wenn man nachvollzieht, wie er versucht hat, das Unvermeidbare zu umgehen. Der hochbegabte Lukas reduziert auf purem Urinstinkt. Er kraxelte immer höher und höher, aber das eisige Wasser tat es ihm gleich, stieg ebenso immer höher und höher. Die letzten Momente in einem infantilen Status, der Körper verzehrt vom elektronischen Schock. Der Verstand unfähig, die Ungeheuerlichkeit der hereingebrochenen Umstände zu begreifen. RIP! Sauerstoff. Wir müssen selber überleben. Open the door. Okay, da unten haben wir jetzt die Kammer mit den Viechern, wo wir wahrscheinlich nicht runterfallen wollen. Wir schweben erstmal hier so rüber. Hallo Fisch. Wie geht's dir? Noch ein Fisch. Hier können wir auf jeden Fall erstmal mehr Leuchtfackel nehmen. Das ist mit dir so, du haust ab. Okay. Ja, wir wollen nicht da runter, aber wo wollen wir hin? Das wäre so meine Frage. Ich glaube, ein Stockwerk tiefer wäre erstmal in Ordnung. Da vorne ist auch das Boot, das wir wahrscheinlich bemannen wollen. Aber was haben wir denn sonst noch so hier unten? Leuchtfackeln mehr? Ich meine, aufgrund der Taschenlampe sind die, finde ich, wirklich nötig. Aber sie leuchten schon einiges aus. Wo geht's denn hier hin? Okay. Ähm. Wait a minute, wir sind im Kreis gelaufen. Röde ich nicht da oben irgendwas? Außer die Leuchtfackel? Weil wir sind ja jetzt wieder hier. Wollte wahrscheinlich da rüber. Oh. Okay. Dann war es anscheinend ein Fehler, hier runter zu kommen. Aber macht nichts, wir haben Sauerstoff. Ja, gut, dann gehen wir halt noch eine Runde. Ja, da vorne ist wieder der Aufzug. Ja, keine Ahnung. Mir wird halt kein genaues, kein genauer Plan gegeben, wo ich hin soll. Was ja auch irgendwie Sinn ergibt. Ich meine, wir sind ja hier in einer Notsituation. Wir müssen alles selber herausfinden, wie wir weiterkommen. Oh ja. Wir wollen wieder in die zweite Etage. Und jetzt kommen wir zum Glück hier durch. Es ist ja kein weiter Umweg. Ja, unsere Leuchtfackel leuchtet noch. Irgendwie Sauerstoff oder sowas. Und was macht hier so viel Krach? Oh, was ist das denn? Ich war wahrscheinlich zu sehr abgelenkt von da hinten im Dingskasten, als ich diesen Schalter übersehen habe. Gut. Vielleicht wollen wir doch nicht darüber. Ich finde das sehr gut, dass das alles noch unter Wasser funktioniert. Oh mein Gott, es geht tatsächlich auf. Kann ich glauben. Ich komme hier vorne weg. Einzige Problem ist, das U-Boot ist wahrscheinlich voller Wasser. Weil darauf war es nicht ausgelegt. Dass durch den Unterdruck jetzt nicht auch irgendwie zerstört werden muss oder sowas. Also die Tür hätte eigentlich, glaube ich, nicht funktionieren sollen. Würde ich einfach mal meinen. So ganz theoretisch. Oh ja. Hier treten wir das Shuttle. Shuttle starten. Abfahrt nach Campus 2. Schön, dass das alles so funktioniert. Autopilot? Autopilot finde ich gut. Ja, können wir uns nicht hinsetzen? Ich meine, in dem Anzug wahrscheinlich eher nicht. Ja, nee. Ist es gerade schlecht? Du bist vorbereitet. Aber was passiert dann, hat dich komplett ausgeliefert. Können wir darüber sprechen? Ach, ich bin bei einer Therapie. Auch sehr interessant. Wo bin ich? Ich sehe nur Beiß. What the fuck? Ja, also... Was mich das ein bisschen off guard trifft, äh... Ist leicht untertrieben. Ich weiß nicht, ob ich froh sein soll. Ob ich denken soll... Also ich sollte wahrscheinlich eher vermuten, dass ich jetzt am Durchdrehen bin, weil... Wie zur Hölle... Ich sehe keine wirkliche Möglichkeit, wie ich hier gelandet sein soll. Aber ja, gut. Ich weiß nicht, ob ich... Ich weiß nicht, ob ich in die Richtung... Ich weiß nicht, ob ich noch meine Booster... Ich meine, ich glaube, ich habe meinen Helm nicht mal an. Kann ich rennen? Jetzt Mondfeld. Mondfeld über Mondfelder. Ähm. Wo ist mein Shuttle? Ich gehe einfach weiter in Richtung Zivilisation. Soll mich gar nicht erst stören. Ich weiß ja auch nicht, wie ich hier überhaupt gelandet bin. Ja, ne? Das ist ganz schön hier. Kein Sauerstoff mehr. Kein Anzug. Keine Leucht... Dinger, die ich abschießen kann aus meiner Hand. Ein Baum. Den ich jetzt einfach mal gekonnt ignoriere, da der sich einfach so in die Realität manifestiert hat. Ich kann ihn wahrscheinlich nicht ignorieren, ne? Ich meine, das ist ja auch der einzige Punkt, der sich irgendwie von dieser ganzen Landschaft hier unterscheidet. Ansonsten könnte das hier genauso gut eine Büste sein. Wir haben ein paar mehr Blumen, klar. Aber überleben kann ich davon wahrscheinlich auch nicht. Mond ist nicht so gesund. Also in Blumenform. Ein Fahrrad. Soll ich jetzt ehrlich ins Wasser rein? Kann ich nicht einfach das Fahrrad nehmen und nach Hause fahren? Das hat dann so ein bisschen E.T. Style. Sieht man so ein... Ich weiß, ich habe diesen Anzug nicht mehr an, aber ich stelle mir das trotzdem vor, als hätte ich ihn noch an. Sieht man so einen Astronauten auf so einem kleinen Mini-Fahrrad, das das Gewicht wahrscheinlich gar nicht trägt, aber egal. Und dann einfach so durch die Stadt fahren, über ein Mond fällt. Sehr romantisch. Nimm das Fahrrad, ich will nicht ins Wasser rein. Warum sollte ich? Ich bin aus dem Wasser rausgekommen. Ja. Genau das ist nämlich das Problem. Dieser See ist viel tiefer, als man denkt. So wie die Pfützen am Straßenrand, wo man da durchfährt oder durchlöft. Wir sind mit fucking... Ich habe da oben so ein Problem, aber egal. Ähm... Wir sind mit 15 bis maximal 20, selbst wenn es Meilen sind, statt KMH gefahren. Ich würde ja eigentlich eher sagen, dass wir in einer wissenschaftlichen Institution sind, wären es KMH. Aber wie gesagt, selbst wenn wir davon ausgehen, dass es Meilen sind, sind es maximal 30 KMH, die wir gefahren sind. Wie zur Hölle soll da so ein Crash bei rumkommen? Und das unter Wasser? Batterie! Will erst mal deinen Sauerstoff aus und dann auf und dann gucken wir mal, was jetzt hier so abgeht. Hier ist auf jeden Fall noch mehr Sauerstoff. Und warum kommen die überhaupt zurück? Und muss nicht irgendwie eine Bahnmeldung geben? Ich meine, klar, Errormeldung und so funktioniert wahrscheinlich alles nicht mehr so gut, aber... Man muss doch irgendwie die Shuttles anhalten können. Man muss doch Maßnahmen geben. Meine Güte. Wir sind hier doch nicht bei der Deutschen Bahn. Das ist ein wissenschaftliches Labor, 20.000 Kilometer unter dem Meer. Ja, nicht Kilometer. Aber wir sind schon im Erdkern, aber... Ich meine, der Umgebung nach zu urteilen, sind wir vielleicht auch gar nicht mehr so weit weg vom Erdkern, von daher... Extreme Temperatur registriert. Ja, sag ich ja, Erdkern. Wir gehen einfach weiter nach hinten, ist ja kein Problem. Achso, ich war... Achso. Ich war sicker, einfach vom Boden. Ich war froh, dass du über den Moment, wenn du herausstellst, dass diejenigen, die du mitbeleidete, waren tatsächlich diejenigen, die du versuchen, zu retten. Es war schrecklich. Ich meine, die Räume, dass wir sie in der ersten Stelle gefunden haben, waren... ... schlecht. Ich habe sicher nicht gedacht, dass ich sie in die Räume rauskriege. Ja, kennen wir schon. Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe nie gefunden, wer in der anderen Halb der Räume war. Also okay, wir haben schon mal festgestellt, das ist eine sehr schlechte Idee, in die Lava reinzugehen. Weil aus irgendeinem Grund kann das der Anzug nicht ab. Geht's dir da gut? Soll ich ihm helfen? Wäre das was? Dann haltet aber bitte Abstand, ja? Dann helfe ich ihm auch. Ruhig da. Junge. Geht einfach vorbei. Lasst mich zufrieden. Tschüss. So, was haben wir denn mit ihm hier? Der sitzt da ein bisschen fest, ne? Ich glaube, ich kann ihm da nicht helfen. Naja, macht ihr mal. Ist aber komisch, dass ihr hier bei dieser Wärme überlebt. Weil im Normalfall, wenn eine... Ja, gut, es gibt in allem verschiedene Rassungen. So, da mehr weiß ich sowieso nicht, was für Abnormalitäten hier so rumlaufen. Ganz erinnert mich nur gerade stark an die Lava-Zone von Subnautica. Wenn hier jetzt gleich ein Sea-Dragon auftaucht oder so, bin ich raus. Wobei Sea-Dragons eigentlich gar nicht mal so schlimm sind. Ich finde die Reaper-Leviathans viel schlimmer. Also vom Gruselfaktor her, wenn so ein Reaper hier auftaucht, mit seinem ganzen Gekreische oder so einem Ghost-Leviathan, das würde mich, glaube ich, mehr verjagen, als wenn hier jetzt so ein Sea-Dragon rumfliegt. Der spuckt ja nur sein Feuer. Wo laufe ich überhaupt hin? Ich sehe nichts mehr. Nicht schon wieder du. Geh weg. Jemals ist es schön, als wären wir unter dem Sternenhimmel. Geh doch weg. Oh, Bastard. Ich habe dir doch nichts getan. Was macht ihr denn alle hier? Eher, ich habe Leuchtfackeln. Ich warne euch. Ich weiß trotzdem nicht so ganz, wo ich hin soll. Kannst du mir vielleicht den Weg sagen? Hier vorne ist auch schon wieder so viel Lava. Kann ich hier hoch? Da vielleicht sogar die Plateaus. Irgendwie? Darüber, das wäre doch was, wenn ich hier hochkomme. Ich weiß zwar nicht, was mein Ziel ist oder wo ich hin will. Aber ich sehe einen Weg. Und diesem Weg werden wir folgen. mit 61% Sauerstoff. Geht hinten, Fisch. Geh weg. Ab hier nicht alles dreckig. Da muss ich nämlich durch. Und ich würde irgendwann in irgendwelche Lava... Aber Löcher reinfallen! Nein! 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 Aus! Böse! Böse! Okay. Geht mir gut. Hallo, Spinne. Du brauchst nicht aufstehen. Ich finde den Weg. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist. Hi! Darf ich einmal hier durch? Ip to the fallen, Comrade, der hier beerdigt liegt. Komm ich hier durch? Das sieht irgendwie ziemlich eng aus. Vielleicht hätte ich auch gar nicht hier reingesollt. Oder gibt es hier irgendwie einen anderen Weg? Ne, das ist wahrscheinlich eher, dass man hier reinfällt. Wenn man Pech hat. Ja, Sauerstoffbelastung ist schön. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo Sauerstoff finden. Mal schnell durchboosten, bevor sie sich wieder umdreht. Und dann gehen wir doch mal in die andere Richtung. Ich meine, jeder wird wahrscheinlich denken, es ist normal, nicht in das Nest des Wolfes oder in die Spinne reinzugehen in diesem Fall. Das Nest des Wolfes ist sowieso ein bisschen komisch, in die Höhle der Löwen. Aber ich bin da ein bisschen anders veranlagt. Ich falle ja auch in irgendwelche komischen Löcher rein, wo ich nicht mehr rauskomme. Ich meine, auf dem Weg zu seinem Ziel sollte einem jeder Weg recht sein. Und auch jeder Weg wird ausgekundschaftet. Ei! Bleib ruhig sitzen. Ich finde den Weg. Lebst du eigentlich noch? Was war das denn? Der hat mich nicht mehr angeguckt. Das war so von Hintchen mit seinem kleinen Finger so pfff. Sorry, ähm, kann ich die Frage wiederholen? Och nee. Ich hatte doch dazwischen noch einen Speicherpunkt. Ja, wir haben es jetzt schon zweimal gehört. Es reicht. Hallo, Freunde. Darf ich einmal kurz durch? Hört euch gar nicht an mir. Ich gehe nur hier dran vorbei. Bin nur auf der Durchreise. Gar kein Problem. Aber diese vier sind anscheinend ganz schön hartnäckig. Hätte ich gar nicht so gedacht. Dass sie da einfach so mit einem Ding durch mein Glas durchkommen, ist schon heavy. Aber trotzdem, als ich gerade hierher gelaufen bin, hat das Spiel auch gespeichert. Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Passiert jetzt gleich wahrscheinlich doch mal. Vielleicht auch nicht. Aber gerade war es hundertprozentig auf dem Bildschirm. Äh, können wir da oben lang? Dann können wir auch den hier unten aus dem Weg gehen. Ja, das ist doch ganz nett. Mein Verbrauch ist wahrscheinlich ein bisschen mehr sausch. Ich weiß immer noch nicht, ob die Thruster überhaupt sausch. Aber es wird mich nicht wundern. So, und jetzt geht es anscheinend wieder hier in das Loch. Weil das sehr rutschig ist und mich eigentlich sogar hier reinzieht. Also man kann es nicht wirklich vermeiden. So, und dann gehen wir jetzt direkt hier hoch. Und dann gehen wir nicht ganz so nah an das Vieh ran. Da ist uns einfach one-hitted. Weil diese andere Sache ist, es liegt mitten im Weg. Wie soll ich denn da dran vorbeikommen? Kannst du vielleicht doch aufstehen? Ich meine, wenn die Alternative ist, dass du mich umbringst... Ich stehe vielleicht mal auf. Ich schwöre, wenn du mich wieder umbringst. Es gibt hier keinen anderen Weg. Im Nest war ich schon. Ich gehe auch ganz vorsichtig an dir vorbei. Soweit ich kann. Und ich gucke dich auch nicht an. Vielen Dank dafür. Äh, ne je. Ich finde die Viecher tatsächlich gar nicht so schlimm. Außer, dass sie halt einen one-hitten. Aber die sind eigentlich ja nicht sehr aggressiv. Die wollen halt auch nur ihr Leben leben. Was ist jetzt schon wieder dein Problem? Ist doch alles in Ordnung hier. Jetzt sind wir hier in einer sehr großen Böhle. Aber naja. Gehen wir einmal hier so rüber. Wir gehen jetzt auch weiter geradeaus. Die Spinne kann sich jetzt da zurecht setzen. Und wir... Wir trennen... Also unsere Wege trennen sich hier. Wir gehen jetzt hier lang. Was haben wir denn hier oben? Das ist irgendwas menschengemachtes. Das ist schon mal von Vorteil. Weil bei menschengemachten Sachen finden wir sehr wahrscheinlich auch Sauerstoff. Bitte sag mir nicht. Ich bin im Kreis gelaufen. Kann ich hier rein? Irgendwie. Soll ich da runter? Ich meine, das sieht sehr danach aus, als wäre hier Sauerstoff. Wir waren über Protokoll. Bei Ihrer eigenen Admission, da sind viele instances wobei Sie nicht folgen. Da sind Ihre Radio und Korra. Granted, das war unbezündet. Aber wie Sie gesagt haben, second-guessing puts lives at risk. Do Sie denken, das wäre besser gewesen wäre, wenn Sie einfach nur die Regeln? Es könnte, aber es ist keine Art. Es ist nicht so, dass Sie wissen. Ja, gut. Es ist halt generell eine schlimmere Situation. Sauerstoff wiederherstellen. Ja, bitte. Ich meine, ich glaube nicht, dass man irgendwas großartig hätte ändern können. Da Leuchtfackeln auch nicht. Guck mal, wie viele es hier gibt. Da können wir eine direkt verschießen und eine neue nehmen. Da können wir uns hier besser umgucken. Ja, gut, ne? Es gibt hier anscheinend nur eine Richtung und in die gehen wir. Hallo Frank oder wer, oder du bist. Ach, kriegst du keinen erhöhten Sauerstoff? Den Typen kannte sie wahrscheinlich einfach nicht, ne? ID EFA001 Name Castillo John Bernardo Geburtsdatum 1973, April 2021 Tauchmeister Vereinigte Staaten und verstorben InterJBs wetterfester, gelassener Art steckte eine leistungsfähige, gut geölte Arbeitsmaschine, die aus allen Rohren bräuchte. Ein absoluter Profi. Wir vier hatten alle unsere erstklassigen Referenzen als ADS-Operator, aber JB war uns allen einen Schritt voraus. Allerdings weckte es seine Lebensgeister erst so richtig, wenn man ihn voll einbezog forderte, wenn er draußen auf Wanderung war. Seite an Seite mit JJ sich großartige Geschichten austauschend. Ich wusste, dass er vollends erwartete, auf die gleiche Weise zu sterben, mit der er auch lebte, in seinem Element, während der Tätigkeiten, die er liebte. Man sollte vorsichtig mit dem sein, was man sich wünscht. Ich weiß doch gar nicht, ob er sich das gewünscht hatte. What the fuck? Unterstellt sie ihm, irgendwelche Wünsche gehabt zu haben? Und sagt dann auch noch, ja, man sollte vorsichtig sein, mit dem, mit was man sich wünscht, ne? Ja, Junge. Ich glaube, niemand hat den Wunsch, auf irgendeine Weise frühzeitig zu sterben. Okay, so you're lost and looking for some way out of all of this. And really, your only option now is the other habitat, Compass 2. And what's most unsettling to me is you're in this dive suit. You call it a walking coffin. I can't even imagine what that takes. It takes everything. Yeah, das ist die Ökenefurtin. And your senses. Well, like I said, it helps you focus on what little's left. Hey, wissen wir überhaupt, wo wir hinlaufen oder laufen wir einfach nur? Die Spur des Verderbens nach. Des Verderbens und der Zerstörung. Okay, wir haben unseren grün, unser grünes Männchen wieder, das uns leitet. Bist du Freund oder Feind? Bisher ja eher freundlich, weil du uns den Weg weißt. Und du hast mich auch schon einmal erschreckt. Das fand ich nicht sehr schön. Kommen wir jetzt hier rüber. Was ist denn so weit vor geeilt? Warte doch mal. Ich komme ja schon. Es ist dunkel hier. Ich sehe nichts mehr. What the fuck? Leopold's Vale? Okay, was sind wir das? Was steht da für ein Jahr? 2005. 1919 bis 2005. Okay, ich glaube nicht, dass wir das sind. Platz der Nebel. Ich gehe hindurch. Ein Fahrrad mit Bohnen. What the fuck is happening? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Figur hat uns, also diese grüne Figur hat uns ein bisschen fehlgeleitet. Nee, falsche Richtung. Wo soll ich denn wissen? Wolland. La Cruz, mir. Berg auf. Berg auf ist doch mal gut. Das sieht richtig aus. Wir haben auf einmal eine Bibliothek gefunden. Rechtslang. Gerade sind wir links gegangen. Also, als wir vor so einer Kreuzung stammen. Ob das überhaupt ein Unterschied? Es wird auf jeden Fall sehr ominös hier oben. Ab nach unten. Nein? Okay, dann. Vielleicht noch vier lang. Woher soll ich denn wissen, wo lang? Ich sehe ja nichts. Hier vielleicht runter. Ui. Hoffe nicht. Dann können wir auch hier nach ganz rechts gehen. Und hier vielleicht durch? Nicht? I don't know. Habe ich irgendeinen Hinweis? Ich meine, wir haben hier noch so einen Weg. Und jetzt bin ich überfragt. Irgendwas übersehen. Ich meine, bisher waren die richtigen Wege immer bergauf. Aber ich sehe hier keinen Weg, der bergauf führt. Hier in die Mitte vielleicht? Das sieht richtig aus. Wir waren ein bisschen als Niki versteckt. Was zur Hölle ist das? Ist das eine Ruhe? In der Tat. Aber ich kann damit nichts machen und die Zeit dreht sich zurück. Das hat wohl irgendwas mit unserer Therapiesitzung zu tun. Soll das heißen, ich soll zurückgehen? Ist das der Hinweis? Ich habe den Hinweis verstanden. Ich habe den Hinweis verstanden. Ich habe den Hinweis verstanden. Ich glaube, Überleben in solchen Situationen hat immer was mit Glück zu tun. Weil, ganz ehrlich, diese Viecher, die hier rumlaufen, kannst du nicht kontrollieren. Weil wenn so ein Vieh auf einmal ankommt und dann den Schwärm oder die Spinnen auf einmal sich dazu entscheidend, dich umbringen zu wollen, dann kannst du nicht viel dagegen machen, würde ich einfach mal wachen. You're still alive, Phil? Alter! Hier. Hier haben wir gerade andere Probleme. Sauerstoff und ID bergen die an. Ich bin nicht stolz von einigen von den Dingen, die ich getan habe. Aber ich lasse nichts nicht. Ich kann nicht. ID SRS 001. Das heißt, er hat gerade zugegeben, dass sie noch gelebt hat. Oh mein Gott. Name von der Rau Cora. Geburtsdatum 1973, April der 9. Leiter der Wissenschaft. Australien. Verstorben. Gott weiß, wie Dr. Fan D'Aro es in einen ADS geschafft hat. Schweige denn, soweit zu Fuß kommen sein konnte. Selbst für diejenigen von uns, die jeden Tag dort eingegossen wurden, war es nicht gerade ein Ein-Mann-Job. Ich habe sie etwa eine Meile von der Unfallstelle gefunden. Ein kleiner Leuchtturm im Sturm, nun unbesetzt. Ein Signalfeuer im Nirgendwo, aber so weit kommen und dann nicht entschlossen weitermachen. Irgendwas im Inneren ihres Anzugs muss kaputt gegangen sein. Ich sehe jedenfalls keinen anderen Grund, weshalb sie es sonst ganz allein hier draußen ausgesessen haben sollte. Ein weiteres Gespenst eingesperrt im Anzug. Du hast sie gerade umgebracht. Ich bitte dich. Also das ist schon heavy. Wenn du einfach den Sauerstoff abzapst. Ich weiß, ich habe die Taste gedrückt. Aber ich wollte auch wissen, wer es ist. Ich hätte erstmal nur die ID genommen. Hätte sie auch da liegen lassen können. Da wirst du komplett. Da hätte man auch nichts mehr. Naja. Was haben wir hier? Irgendwelche vulkanischen Aktivitäten. Und ich höre wieder Krabbelviecher, die doch einfach so in den Vulkankarsen sind. Macht ihr mal. Ich laufe hier einfach nur dran vorbei. So wie immer. Junge, atme besser. Was ist hier denn da? Please let me through. And don't kill me please, okay? Alles gut, ja? Ich will wohl hier durch. Junge, ruhig atmen. Ja, ne, wir fallen nicht da runter. Wir gehen weiter hier hoch. Abgesehen von den ganzen Monstern, mit ständigen Sorge um Sauerstoff. Ist doch ganz schön, ne? Nichts. 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 10 Sekunden später, her hand's on mine, pulling me up. The next day, we go again. Only now, it's 15. I'm up all night watching the clock, trying to count 20 on the dot. I knew so long as I, you know, hold out. 40 seconds, 45, she'd come. And one day she didn't. Okay. My first thoughts, maybe I messed up the count. My second thoughts, I'm on my own. I opened my eyes and the sun's behind her. But I know that shape, it's familiar. Arms crossed, staring down at me. Wo sind wir jetzt? Ist jetzt auf jeden Fall wieder irgendein Konstrukt. Aber ich sag mal so, Tag für Tag, um 5 Sekunden zu erhöhen, funktioniert es vielleicht am Anfang noch ganz gut, um zu trainieren, die Luft anzuhalten. Aber ich sag mal, spätestens so nach einem Monat wird's dann doch ein bisschen kritisch. Und neue Leuchtfakten haben wir auch. Anyway, by the time I climb onto the dock, she's already home. Wo warst du denn im Wasser? Wo warst du denn im Wasser? Oh, ich hab' ich noch eine halbe Stunde die Luft angehalten. Sieht doch nicht, wer tot. Mehr Sauerstoff. Mehr Leuchtfakten. Oli moly! Release the Kraken! Methane is a greenhouse gas, one of the most potent. Okay, Other industrial disasters may have been more severe, but Oceanova was groundbreaking, like you said. It could be years before we know all the consequences. We might never understand the ecological impact. It was very expensive and 19 people died. Wir waren der einzige Überlebende. Yay! Weil wir überlebt haben. Kritikern. Ich glaube, in was wir gemacht haben. Aber war es der Kosten wert? Hello? Ich würde mal sagen, das hier ist Kompass 2. Mach dein Sauerstoff voll. Hallo, Spinne. Nehmt dies. Ja. That's what you get. Dafür, dass du meinen Eingang hier blockierst. Der Aufzug funktioniert doch bestimmt nicht, oder? Kein Strom, richtig? No Power. Na, natürlich. Ey! Was willst du mir da nicht sagen? Da oben liegt einer. Ja, das sehe ich, aber... Komm ich an den dran? Ich glaube, von hier aus nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Hier liegt jemand. Hat der eine ID? eine ID erkannt? Da ist doch ganz offensichtlich jemand drin. Und ID von Blabliblub. Habe ich die jetzt genommen? Nein. Keine ID erkannt? Was redest du denn da? Okay? Der Typ ist nicht echt... Wack dich ja. Das war auch der Typ, der uns ganz am Anfang schon so ein Jumpscare einjagen wollte. Und jetzt? Was ist unser Plan hier? Wie stellen wir Strom her? Ist das auf irgendwas gelegen oder so? Sieht irgendwie nicht da noch aus. Und da oben ist die grüne Gestalt, die irgendwie in die Richtung herkommt. Können wir hier durch? Also hier drücken wir bei, ja, aber nicht durch das Rohr durch. Sauerstoff. Brauchen wir eigentlich noch nicht. Hören wir vielleicht für den Rückweg gebrauchen. Hast du eine ID? Anscheinend. Immerhin. Du bist echt. MDS003 Name Al-Yassin Hamza Saleh Wurzdatum 1981 Februar der 7. Bohrarbeiter Syrien und verstorben. Als würde man einen Gabelstapler fahren oder einen Golfschläger schwingen, so würde schließlich auch der ADS einer Erweiterung von einem werden. Eine Gewohnheit in Fleisch und Blut übergehen. Saleh war kein Teil des Taucherteams, doch er brachte es trotzdem fertig, hunderte von Stunden auf Ausflüge zu verbuchen. Nicht zum Spaß, versteht sich. Obwohl wir natürlich wussten, dass er ihn hatte. Wie fühlte es sich also für den Mann an, als die elektronischen Systeme sich abschalteten, nach und nach um ihn herum? Und was war am Ende schlimmer? Ein langsamer Tod durch eine Wunde, die er nicht sehen gar behandeln konnte? Oder der Betrug seines Anzugs, zu dem Saleh annahm, eine nahezu natürliche Verbindung zu haben? Okay, schreib'n Buch. Okay, du sitzt also irgendwo hier vorne? Okay, du sitzt also irgendwo hier vorne? wo die ganzen Tintenfische wieder sind, die uns wahrscheinlich gleich wieder voll tinten. Vorne war auch so ein komischer Kugelfisch wieder, der aufs Maul will wahrscheinlich. Und hier können wir alles reparieren anscheinend. Ach, einfach alles. Einfach alles. Einfach alles, was geht. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht, Leute. Okay. Macht einfach alles an, was geht. Hier stück scheint's gewesen zu sein. Muss ich irgendwie auf eine gewisse Vollzahl kommen? Anscheinend Overload. Okay. Da hab ich irgendwo einen Hinweis darauf, was ich hier tun muss. Wir hatten am Anfang zweimal 110 und zweimal 235 und beim zweiten 235 war's Overload. Das heißt, wir machen jetzt einfach einmal 210 und ne, vielleicht einmal 110 und einmal 235 Wenn, das ist noch kein Overload. Und der hier? Noch kein Overload. Können wir's jetzt nicht anmachen? Macht's an. Also jetzt kommt auf jeden Fall ein Overload. Sei denn vielleicht die 110 noch? Ich hab hier aber auch keine Anweisung. Geht hier irgendwo was, was ich zu beachten habe? Think. Safety first. Ja, think what? Wenn ich mich hiermit nicht auskenne, kann ich thinken so viel ich will. Hilf nicht. 815 Das ist doch mal was. 815 Das kriegen wir in. Das heißt, wir brauchen entweder ein oder drei 235 Dann rechnen wir doch mal. Also einen brauchen wir auf jeden Fall wegen der 5er. Wenn wir jetzt 2 anschalten, sind wir bei 470 Bei 3 sind wir bei 705 Ja, dann müssen wir 3 und 1 210 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 5 8 12 11 14 13 14 15 15 15 16 16 15 Gehen wir da irgendwie rüber zu dem einen Typen, der da runter hängt, oder gehen wir da später hin? Weil ich glaube, von hier ist es ein bisschen schwierig. Und hier kommen wir auch nicht durch. Haben wir denn eine Schlüsselkarte? Ich kann mich nicht daran erinnern, einen da eng gesammelt zu haben. Ja. Habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Eventuell müssen wir da doch zuerst unseren Freund aufsuchen. Können wir hier hoch? Nicht da noch aus. Ähm, ja. Aber ich komme hier doch bestimmt nicht rüber. Oh, wobei. Das wirkt aber nicht so gewollt. Ja, vor allem, weil hier eine ums Fahrerwand ist. Glück. Wo guckst du denn jetzt hin? Wo guckst du hier rüber? Kann ich hier irgendwie hochklettern? Hallo Fische. Hi. Oh, du bist irgendwie nicht mehr da. Warum bist du nicht mehr da? Hm. Ich kann wahrscheinlich nicht einfach... Nee, er boostet sich nicht hoch. Ich meine, ich könnte das nochmal mit dem Aufzug probieren. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass... Also, selbst wenn das funktionieren sollte, ist es, glaube ich, nicht so gewollt. Äh, geht. Neon. Let me in und bring mich zur zweiten Etage. Mit dem Momentum nutzen. Halt die Frage, ob ich jetzt hier wieder hochkomme überhaupt. Also, gerade habe ich mich irgendwie da verhakt. Das geht jetzt nicht mehr. Ne. Ich sage ja, das ist auch unmöglich gewollt. Haben wir hier oben irgendwie Sauerstoff? Ich werde jetzt nämlich was gebrauchen. Oder kann ich vielleicht einfach doch hier durch? Wahrscheinlich kann ich einfach hier durch. Oder auch nicht. Sieht aber aus, als müsste ich hier durchkommen können. Ich meine, ich sage ja, der Anzug ist nicht so beweglich. So, kack. Kack ist das hier. Was ist denn, wenn ich von hier... Ich bin nicht auf dem Aufzug gelandet. Aber das kann auch unmöglich... Unmöglich der Weg sein. So, da oben kommt der hin. Und guckt aber in die Richtung hier. Ja, du zeigst in die Richtung hier. Aber was soll ich denn hier? Hier drüben irgendwas? Aber hier war ich doch gerade schon. Soll ich hier hochklettern? Da sind Seeigel. Das tut weh. Und hier. What the fuck passiert hier? Und hier vielleicht irgendwie da drauf? Sauerstoffbestand bei 25 Prozent. Oh, scheiße. Hallo, Tintenfisch. Ich brauche diesen Sauerstoff. Das ist das hier. Der Methan-Durchfluss umleiten. Und dann kann ich hier drüber klettern. Wahrscheinlich, ne? Und das ist halt dieses Ultrakalte. Ja, dann muss ich wahrscheinlich das hier machen. Und dann kann ich da rüber. Das ist... Hier drauf zu balancieren, ist aber auch... ...nicht gerade sehr schön. Hier. Und jetzt darüber. Wischel stört mich bloß nicht. Eieieieiei. Schaffe ich es wohl ganz rüber? Weil das wäre sicherer, als dazwischen zu landen. Wir probieren es einfach. Ah, gerade so geschafft. Oh mein Gott. Wir sind am Ziel. Yay. Hast du eine Karte? Ja, du hast eine Karte und eine ID. E. Jedenfalls irgendjemand beschrieb es als ein Hain aus metallenen Bäumen, deren Wurzeln, ich denke mal das soll Wurzeln heißen, aber da fehlt eine L, das Salz aus der Erde saugen. JJ ist so ziemlich jeden Tag über diese Felder gelaufen. Die Gebilde waren für ihn nach einer Zeit nur noch zweitklassige Vogelscheuchen, die eher mehr Aasgeier anlockten, als sie zu vertreiben. Ich kann JJ immer noch hören, wie er Witze reißt und auf einem Haufen, und einen Haufen Scheiße erzählt, wie der Vater, so der Sohn. Meine Güte ey, muss echt deine ironische Ader ein wenig ablegen. Ich meine, wie trägst du dir das Vermächtnis Verstorbener weiter, als letzter Überlebender. Deswegen, manche Leute würden das vielleicht als etwas unangemessen. alle gleiche Fragen stellen? Leute fragen sich alle verschiedene Fragen. Was sie fragen, sagt sehr viel über ihren Charakter. Besonders wenn es zu... ...Kasualitäten. Deswegen, das meine ich ja gerade, das sagt auch viel über deinen Charakter. Also, was ist die Antwort, wenn sie fragen, was sie fragen, über die gorausen Details? Ich verabschiede mich. Mal sehen, welche Art sie es wollen. Ich meine... Was die Leute nicht bekommen, ist, dass sie mir nicht weitergehen wollen. Nicht wirklich. Es gibt nur so viel... Blut und Gute, die Leute nehmen können, bevor sie ihren Appetit verlieren. Jeder hat ihre Grenzen. Aber okay. Nehmen wir einfach mal so hin. Hey, Sauerstoff. Erhöhte Sauerstoff. Ja, aber warum? Weil hier alles gefroren ist? Hallo. Beruhig dich! Och nee. Nicht schon wieder dieser Raum. Bist du... Huhu! Wuhu! Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you never come around. Turn around. Warum ist der eine da eigentlich so... Okay! Wir fliehen. Hab ich verstanden. Lauuuuff! Boah, Tritt gespeichert. Ja, gut. Ich glaube, hier machen wir aber auch erstmal wieder eine Pause. Ja, also, es wird spannend. Ich weiß nicht, was unser Ziel ist. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir überleben. Oder vielleicht ist diese Therapie auch einfach nur eine Wahnvorstellung, die wir gerade versuchen zu verarbeiten, indem wir uns halt in dieser Situation schon vorstellen, wie es ist, wenn wir aus dieser Situation herauskommen. Man weiß ja nie. Keine Ahnung, was der Plotfrist am Ende sein wird oder wie wir entkommen werden. Mal schauen. Damit bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht und, wenn auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen Spooky-Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Narcosis. Bis dahin. Bye-bye. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020